So, warte, 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 warte. Ja, okay. Ich glaube, es gab hier auch noch eine Abkürzung durch das Level. Dann muss ich, glaube ich, hier zurück. Und hier durch die Wand. Guck mal. Das sieht doch schon fast okay aus. Das sieht nach einem Alternativweg aus. Warum bist du denn jetzt nicht so hochgesprungen? Oder geht der da nicht lang? Auch möglich. Doch, er muss da hoch. Er muss da hoch. Aber es geht dann nur mit der Blase, ja? Alter. Nimm mal so. Vorgeschmack auf. So und so muss es sein. Okay. Knapp. Okay. Alles wird gut. Nein! Ich komme da nicht hoch. Kannst du machen, was du willst. Ich komme da nicht hoch. Willst du mich verarschen? Vor allem beim Preis und so. Hier kann ich nicht mehr gegensteuern. Das heißt, ich fall gleich auf die nächste Nummer. Jo. Schön, dass wir darüber geredet haben. Na komm. Ja. Ich stehe den Augen. Ich stehe den Augen. Da oben wäre dann direkt der... ...Save-Punkt. Das Save-Punkt. Das Level-Ende. Ah, meins da? Kommt man hin? Nein. Jo. Jo. Es ist... es ist ein Bombenspiel, oder? So, Red Nix, bitte nicht respawnen. Natürlich respawnen sie! Wat für Scheiß! Pfff! Dürf der Game. Da ist übrigens nicht die andere Seite von da, wo wir gerade eben gewesen sind. Wo die... Schnellschuhe sind. Oh... Oh... Ich... Ich komm noch nicht mehr zurück. Hier ist noch nicht die Stelle, wo ich hin muss. Aber trotzdem. Glaub ich. Oder? Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß nur... Es ist scheiße! Ist doch so. Hhhhhhhmmh! Jo. So, man kommt auch unter Wasser halt echt schlecht voran, was natürlich normal ist, aber trotzdem. So. Hätte ich mir mal doch die Unverwundbarkeit da geholt, dann wären wir schneller über die Spike-Passage gekommen. Alter. Ich werde auch gleich, ne? Mich durch die eine Passage gleich einfach durch Safe-State wahrscheinlich. Damit wir irgendwie da mal vorankommen. Und nicht irgendwo an linksen, so wie jetzt hier gerade. Und den ganzen Scheiß normal machen dürfen. Also wieder hoch. So. Einfach so. Warum hab ich das denn eben nicht gekonnt? Meine Fresse. Was denn Scheiß, oder? Hey, 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 hey. So, hier haben wir einen relativ easy Boss wenigstens. Weiß nicht, dass ich trotzdem verkacken kann? So, warte, warte, warte. Ist er hier? Ja. Nämlich ein Seelöwen, der uns mit seinem Ball attackieren kann. Total dürfte. Oder er schädigt sich selbst. Das ist auch in Ordnung. Wir können ihn aber auch nur treffen, wenn er seine Nase oder sein Ball da am auffumpen ist. Und wir dann drauf springen. Sonst halt so gar nicht. Das ist, ähm, ja. Ich meine, er hat natürlich was von Seelöwen und so weit. Aber dennoch denke ich mir so ein bisschen, was haben die in Little sich dabei gedacht? Na. Jetzt hat er mal den Ball gespielt. Das ist ja der Wahnsinn. Also man kann verkacken. Muss aber nicht. Okay. So, das war's auch schon. Easy peasy lemon squeezy. So, hier dann die Kapsel. Bam. Wup, wup. So ein beschissenes Volllevel, aber ne, der Boss ist so easy. So, das war's auch schon. So, und damit willkommen. Ne, Queen Hills. Oh, ne, eh, eh. So, Level 4 oder so ist dann Queen Hills. Warum auch nicht. Das ist halt so typisch. Queen Hills, ne? Durchlaufen. Nix mit Mega-Gimmick. Hast du nicht gesehen? Außer jetzt hier in Lupeng, wo ich nicht durchkomme. Das ist ja ganz toll. Ähm. Mit Musik, die man auch noch in Sonic CD auch noch mal zuhören kriegt. Als Titelmelodie quasi. So. So ein bisschen da. Anscheinend nicht. Mist. Okay. Immer noch nie ist das Ende. Meine Güte. Ist das ein langes Green Hill Level? Ungewohnt für Green Hill Zone. Aber wir haben es ja dennoch irgendwie durchgeschafft. Nicht wahr? Ja. Zweiter Akt. Bäh. Ach ja. Die Besonderheit an Green Hill Zone in... Oder... Green Hills heißt das ja hier, ne? Es heißt ja in Green Hill Zone. Es ist ja Green Hills. Ähm. Eine Besonderheit hier in... Ich nenne es mal in der Master System Version von Sonic 2. Ist... Es gibt Spikes. Jede Menge Spikes. Hier und dort und überall. Das könnte mir gleich auch noch mal Empfängnis werden in Akt 3. Weil da ist auch alles voll mit Spikes. Und Spoiler. Vorsicht. Jo. Also wenn es... Wenn es irgendwas hier hat, dann Spikes. Zu. Ende. Ja. Und so schön einfacher Level gerade. Völlig mit dem Unterwasser Level. Ich meine Unterwasser Level sind immer scheiße. Kannst machen was du willst. So. Akt 3. Das wird toll. Da gibt es gleich Brei. Jo. Muss ich mit den Bumpern hier irgendwie drüberspringen. Und dann hoffen, dass ich nicht falsch lande. So wie. Fast schon hier. Ich habe es tatsächlich schlimmer in Erinnerung. So. Hier müsste gleich der Boss kommen. So ein bisschen Rätselraten hier. Wo darf ich denn jetzt landen? Wo nicht? Ja. So. Ach was Neues. Ei, 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 ei. Mist. Wieder ein selben Fehler gemacht wie vorhin. Dann doch wieder gestoppt in der Luft. Obwohl ich gar nicht hätte machen sollen. So. 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 Ich hätte da immer durchhalten müssen. So. 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 Wenn du vieles machst, machst du es verkehrt. Hier war jetzt auch nicht richtig. Hä? Ja, ja, komm. Mach hin. Der Anfang ist ja noch okay. Weil jetzt gerade habe ich da das eine Mal durchgehalten. Also durchgedrückt so. Von wegen so. Ja, mach bloß nach rechts. In hier, weißt du? Er hat die Ecke nicht genommen. Da dachte ich, ich habe schon ordentlich Speed und so. Aber ist nicht. Okay. So macht man es übrigens auch nicht. Ich wäre schon so auf Game Over gewesen. Normalerweise müsste ich für jedes Mal, wenn ich hier irgendwie verkacke, einen kurzen Trinken oder so. Ja, schon. Ziemlich ätzend. Ich weiß halt jetzt auch nicht, ne? Da sind wirklich nur Spikes überall, ne? Hm. Oh, ich habe mal was anderes getroffen. Sonst war die Stelle immer relativ easy. Jetzt gerade mal nicht so. Können wir das schaffen? Ja, mal gucken. Alter. Stunden später, ey. Wirklich? Was mache ich denn? Ich bin wieder nicht bei der Sache kopflich, weißt du? Kopflich. Kopflich. Von dem Kopf her. So. Meine Güte. Wenn das Level schlimmer ist, als er eigentlich war's, dann ist es Sonic's Edge Shop 2. Fürs Master System. Ist einfach mal so. Der hat doch dazwischen keine, keine Insel, oder? Wo man da nochmal drauf landen kann. Dass man die Wolken abzählen muss, oder so. Ich glaube, er würde einfach nur die Decke gerade durchnehmen. Oder halt einer der Bumper macht halt mehr Schwung als ein anderer. Das kann natürlich auch sein. Kann ich jetzt gleich mal gucken? Nein! Kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay, dann vielleicht jetzt gleich. Bitte warten. Zielort wird erreicht. Bitte warten. Bitte warten. Ich glaube, die machen alle das gleiche. Kannst du knicken? Machen alle das gleiche. Ich glaube, ich habe auch hier als Kind auch sehr lange drangehangen und geflucht und mein Leben in Frage gestellt. Was man halt so als Kind macht, wenn man halt an der Stelle nicht weiterkommt, ne? So. Ich mache mal hier ab der Hälfte nochmal platt oder so. Ich gucke. Es ist nichts da. Das heißt, du musst mit deinem, mit deiner Geschwindigkeit, mit deinem Momentum halt irgendwie dann da rüberkommen. Aber wie? Wenn da nichts ist? Und wenn du schon das Maximale aus deinem Ding quasi rausgeholt hast, quasi. Also außer jetzt gerade hier. Oh, das war gut. Das war zumindest so gut, dass ich rüberkam. Also rollen auf der, auf der langen Strecke quasi. Also rollen auf der langen Strecke quasi. Das war jetzt zu kurz, da hätte ich noch länger gekonnt. Also ich kann warten, bis ich halt die Dinger sehe. Das sind so Dinge, ne? Du musst halt üben und wissen und generell. Da musst du halt. Das sieht gut aus. Ich habe hier einfach mal kackengreißen, safe point gesetzt. Dies Schwein hier hat mich immer so ein bisschen an Wolverine erinnert. So vom optischen her. Irgendwie von der Farbgebung und und und. Ach, kack. Gut, da ich hier gespeichert habe. Sonst hätte ich hier nochmal so durch das Level gemusst. Das ist ein tolles Level, wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist auch ein relativ kurzes Zeitfenster, wo man den dann hier vernünftig erwischen kann. Ich lasse ihn mal lieber. Hätte ich sonst jetzt nicht geschafft. Okay, das war's. Also der Boss an sich nicht so wild. Das Level hingegen, hui. Holla i walfi.